3, 1, los! Und gestartet! Beierlei Lukas Lauerpapo! Weiter in die Ablass, du hast noch 10 Sekunden in der ersten Runde. Und 5, 4, 3, 2, 1, Switch! Ganz, ganz stark die erste Runde von Chris! Tiano startet auch richtig stark ein in seine erste Runde. Schön die beiden mit einem Fußspin auf der Sohle. Schön weiter in die Blocks, Tiano. 10 Sekunden für euch! 10 Sekunden für euch! 5, 4, 3, 2, 1, let's finish! Switch! Oh, Chris Lauerpapo mit einem sehr antikusvollen Stig. Schön, dass er seine zweite Runde gestartet ist. Abpass mit der Transition. Da ist jedoch, schön, der Insta-Down. 10 Sekunden! 10 Sekunden für euch! 5, 4, 3, 2, 1, let's finish! 5, 4, 3, 2, 1, let's finish! Schöne Transition wieder! 10 Sekunden für euch! 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 Und 5, 4, 3, 2, 1, switch! Die Evo setzt auch an zu den blauen Storn, da ich zieh. Ja, sehr nice. Schöne Transition nochmal in die Souls. 10 Sekunden left in the great final. Oh, sehr, sehr schön. 5, 4, 3, 2, 1, TOWERAIN! Judges, take your time, take your time. Die macht uns noch mal richtig spannend zum Finale. Jetzt ist Gagel, finde ich mega. Die geht mit einer Rammstunkberatung. Das hat immer noch gut. Absoluten Lobung, mega, mega geil. Vielleicht hat sich eigentlich so viel zu einem verändert, ich weiß nicht. Vielleicht zur Erklärung für diejenigen, die mit Freestyle-Battles oder Freestyle-Webenten noch nicht so viel Erfahrung haben. Es wird jetzt gleich so sein, dass die beiden sich links und rechts hinstellen. In der Mitte wird ein Judge stehen, das beide an der Hand nehmen und auf einen Countdown nehmen wir bitte mit einem riesen Applaus und einer riesen Laola. Dann wird gleich eine Wette runterzählen und dann wird eine Hand des glücklichen Siegers in die Luft gestreckt. Die Judges sind ready. So it's all of you. Okay, ja. Guillermo, come here please. Okay, Mohamed hat mich gerade gefragt, ob wir es so machen können, dass alle, die möchten, dahinter gehen. Dass wir gleich richtig auf die Jungs, dass wir richtig Party machen können und alle auf die Jungs drauf stürmen können. Also bitte alle dahinter versammeln, alle dahinter versammeln, dass wir richtig Lärm machen können. Wo ist der zweite EFFC-Champion 2022? Macht mit mir den Countdown. Fünf, vier, drei, zwei, eins und... Der Titel wird jetzt nach Deutschland. Die Titel wird jetzt nach Deutschland! Die Titel wird jetzt nach Deutschland!